Der ehemalige Kommandant der russischen Söldnertruppe Wagner, der nach Norwegen geflohen ist, entschuldigt sich für die Kämpfe in der Ukraine. Andrei Medvedev sagte der Nachrichtenagentur Reuters, Viele halten mich für einen Schurken, einen Kriminellen, einen Mörder. Zuallererst möchte ich mich wiederholt und erneut entschuldigen und obwohl ich nicht weiß, wie es aufgenommen wird, möchte ich sagen, dass es mir leid tut. Er wolle über seine Erfahrungen im Krieg sprechen, damit die Täter bestraft werden für ihre Verbrechen in der Ukraine, wie er sagt. Er sei im Juli 2022 mit einem viermonatigen Vertrag zu Wagner gekommen und habe in dieser Zeit miterlebt, wie zwei Personen, die nicht kämpfen wollten, vor den Augen von frisch rekrutierten Sträflingen erschossen worden seien. Der 26-jährige Ex-Kommandant sucht nun Asyl in Norwegen an. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte seine Behauptungen nicht sofort verifizieren, die für ihre Brutalität bekannte Söldner-Truppe Wagner reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme.